Ich freue mich mega, dass das Winter im Jahr 2021 stattfinden muss. Gerade für uns, für den Skiwahl als kleiner Sportart, war es eine grosse Enttäuschung, dass sie zuerst abgeteilt werden musste, weil wir mussten fest kämpfen, dass wir die finanziellen Mittel zusammen bekommen haben. Aber jetzt freuen wir uns umso mehr, dass sie stattfinden kann, und zwar im Dezember nächstes Jahr hier in der Lanzenheide. Es ist eine riesige Motivation für das Training und die Wettkämpfe. Wir freuen uns mega, dafür zu kämpfen, dass wir am nächsten Dezember hier am Start stehen können. Wir sehen uns um den Kunde zu sein. Wir sehen uns aus dem Kunde.